Ein volles Guten Tag, Hallo! Ich grüße euch alle herzlich zu einem Schlachtkommentar von mir. Und ja, wir spielen hier hinter den Wandchen Linien, beziehungsweise habe ich gespielt, das ist schon eine Zeit lang her. Ich wollte ja, beziehungsweise hatte unter ein, zwei Kommentaren geschrieben, dass ich wieder Replays hier zu machen werde oder halt Let's Plays wie auch immer zu los. Darum habe ich das jetzt einfach mal hier gemacht gehabt. Ich habe das Replay gespeichert, den Ausgang werde ich euch jetzt nicht verraten, nur vielleicht den einen oder anderen Fehler von irgendeinen der beiden Parteien müsst ihr beide verzeihen, besonders bei mir, da ich ja sozusagen nicht mehr eingespielt bin, wie auch immer. Gut, wir haben jedenfalls hier beide Amerikaner. Ich spiele meistens immer auf Random oder habe es auch noch weiter da hier getan. Ist, glaube ich, Zufall gewesen, dass wir beide Amerikaner waren. Jedenfalls bei mir ist es auf jeden Fall so gewesen, das weiß ich. Gut, jetzt hier Aufklärung schicke ich hier erstmal raus. Der Kollege hier, der würden, oder, weil, würden, würden, ja, genau, der spielt einen Willi-Aufkleber und zwei Stuarts. Macht sozusagen so leicht Amerikaner-Style, darauf konter ich ganz klassisch mit einem Wolverine oder zwei, beziehungsweise, ähm, ich kann nicht da reingucken, genau, und die haben halt 300 Meter, äh, 400 Meter Reichweite, 31 Meter schnell. Gegenüber den Stuarts, die sind halt 43 Meter schnell und 250 Meter Reichweite. In der Regel, wenn man die richtig microat, äh, die Stuarts, kommen die Wolverines niemals an die ran. Das ist sozusagen schwierig, da eigentlich was auszurichten. Richtig microat sind die halt besser eigentlich als die Wolverines. Aber, auch nicht unbedingt, das kommt halt drauf an, wie gesagt, ihr seht's ja selber hier. Gut, ich hab jetzt einen GI gebaut, einen leichten Infanteristen, weil ich hab ja eine Kaserne und wollte gucken, wie er darauf reagiert. Drei Nachschubdepots vom Feind wurden genommen, ich hab auch drei Nachschubdepots, nur, um das jetzt auch mal klarzustellen. Äh, neutral, was hab ich gespielt? Ich glaub auch nur Blitz und der auch, ne? Ah, ne, zweimal Blitz. Der wollte halt schnell rankommen, der wollte vergucken, ob der rushen kann oder mir großartig zu zerstören, hat der aber nicht geschafft. Ja, DJI, wie ich schon gesagt hab, ne, Stuart fährt von ihm weg und DJI kommt nicht nah genug ran, um hier Schaden zu verursachen. Das nächste Nachschubdepot ist jetzt geholt worden von Würden. Äh, momentan hätte ich theoretisch ja durch die Möglichkeit gehabt, ein bisschen mehr Einkommen zu spielen, beziehungsweise Einheiten. Aber anscheinend bin ich was am Techen. Ich glaub, die Rangers selber. Brem ist aber grad nicht sicher, wir machen mal jetzt ganz kurz mal ein bisschen was schneller, weil jetzt passiert nicht so viel. Aufklärung hab ich überall. Er halt nicht, das hätte böse enden können, muss aber nicht. Äh, hat jetzt auch natürlich hier die Infanterie nach vorne gespielt. Äh, sechs Stück sind das. Mein GI wird natürlich nichts dagegen tun können, mein Wolverine genauso wenig. Den Willi hätte ich ein bisschen weiter jetzt schon zurückziehen müssen, also der ist noch zu nah dran. Ich spiel jetzt selber Rangers als Konter gegen ihn, er sitzt jetzt aber im Wald. Also da hat er auf jeden Fall besser gespielt schon mal als ich. Er kontrolliert jetzt schon mal die Mitte, ich kann mit meinen Wolverines nicht so viel machen. Er geht jetzt oder versucht in den Nahkampf zu kommen. Die setzen sozusagen hier schon eben, oder haben so kurz eben hier die Rakete angesetzt. War aber nicht, äh, ist nicht ausgelöst worden. Jetzt komm ich hier mit meiner Infanterie in den Nahkampf, meine Wolverine ziehen sich ein bisschen zurück. Die Steward setzt der ran. Aber ich hab sie jetzt sozusagen noch in derselben Reichweite, oder hab sie in der Reichweite, wo ich die noch, ähm, ich kann gar nicht die Reichweite hier sehen, das ist doch wirklich schade, dass ich die direkt beschießen könnte. Mir jetzt aber ja nicht mehr, also gut, ich hab sie ihm eben nachgezogen, dass wir gleich viel Einkommen haben. Aber wie gesagt, er besitzt die Mitte. Momentan hat er sozusagen eher dominiert das Spiel. Aber das werden wir noch sehen. Den Kaserne baut, hat er in der Mitte gebaut, um schnell Infanterien nachliefern zu können. Äh, momentan baut er ihn noch hier hinten. Hat jetzt das nächste Gebäude schon im Bau. Was ist es? Ein Nachschubdepot, das nächste. Ich hab jetzt hier hingeschickt, weil er wollte hier einen Aufklärer bauen. Also darum bin ich hier mit den Wolverinen da rumgefahren, hab den Aufklärer vernichtet. Hier hat er das sehr gut erkannt, den mit dem Ranger, und vernichtet jetzt hier meinen Wolverinen im Nahkampf. Der GI, der leichte Infanterie, wollte ich versuchen, hier eventuell das Nachschubdepot zu vernichten. Oder sonst was. Hat aber nicht geklappt, der hat es entdeckt. Hier, ich versuche hier ein bisschen den rauszulocken. Er macht ganz gut mit den Stuarts. Geht er hier nah ran, um sie sozusagen ein bisschen zu beschädigen. Er setzt jetzt erst raus. Mein Wolverine zieht nach, aber ich werde die wahrscheinlich nicht bekommen. Dafür verliere ich einen Ranger, aber das geht noch. Also Punktetechnik, äh, beziehungsweise vom Spielaufbau sieht es momentan noch sehr gleich aus. Momentan bin ich jetzt aber, ähm, im, also beziehungsweise, ne, ich hab ja hier gespielt. Ein Nachschubdepot hinten dran bedeutet, ich bekomme weniger Nachschub. Hier setzt er jetzt zwei rüber. Jetzt wäre es eigentlich auch der Zeitpunkt, hier auch nochmal zwei rüber zu schicken. Ich versuche sozusagen, ihn ein bisschen wieder aus dem Wald zu ziehen und so eine kleine Zangenbewegung zu machen. Hat aber mikrotechnisch nicht so ganz geil funktioniert. Und besonders, er hat wesentlich mehr Infanterie hier. Wesentlich mehr. Ich bräuchte sowas wie Artillerie oder einen Bomber. Was hat er hier? Nächstes Nachschubdepot. Dann hat er zwei Nachschubdepots mehr als ich. Hat jetzt sogar hier, äh, Fanatismus aktiviert. Ich dürfte nicht weiter drauf rennen. Das ist gefährlich. Er hat eine gerade Linie hier gebildet. So gutes Mikro. Hier kommen die nächsten zwei Ranger. Ich muss auf jeden Fall, hätte ich, müsste ich langsam mal hier was rüberbringen. Wir machen jetzt mal wieder kurz schneller, weil ich glaube, da passiert nicht viel. Die Stoards hat er immer noch von Anfang an. Ich hätte auch, anstatt diesen Stellungskrieg hier auszufechten, weil ich habe es ja sozusagen zugelassen, dass ich hier kämpfe. Auch versuchen soll, mal mehr kleinere Einheiten hier so außen rum zu schicken. Er hat währenddessen auch ein Flugfeld gebaut, genauso wie ich. Aber er hat den Flieger zuerst draußen, einen Jagdflieger. Okay, der ist jetzt nicht hier so krass gefährlich. Nur halt hier für mein Engineers, also für mein Gebäude. Was wird das werden? Ich habe es noch getarnt. Marschup Depot. Hat es aber bekommen. Scheiße. Also ich wollte wahrscheinlich da das Marschup Depot bauen. Bin jetzt 40 wieder weiter im Nachteil. Also er hat momentan stets Punkte besser für ihn. Seine Warhawk schießt jetzt hier auf meine Infanteristen. Das ist jetzt aber nicht so krass schlimm. Vier Rangers sollten auch zwei Rangers im Wald fertig machen. Sind jetzt aber natürlich im Überraschungsangriff. Ich hätte scouten sollen. Der steht hier hinten viel zu weit vorne. Den hätte ich zurückbringen müssen. Schlecht gemeikrot. Das ist jetzt mein Verhängnis, glaube ich, hier. Die werden das nicht schaffen. Nein. Ich habe jetzt hier auch einen Truck ausgeschaltet. Ich glaube, das ist das nächste Gebäude für ihn. War eigentlich ganz okay. Sozusagen dafür. Hol, geh jetzt hier auch drüber. Hatte hier noch Fanatismus aktiviert. Ähm, ja. Momentan sieht es nicht so rosig aus. Die zwei Flieger starte ich jetzt, um sozusagen mit denen in den Nahkampf zu gehen. Mal gucken, ob es funktioniert. Die gehen gut aufeinander zu. Und ich schicke die aufeinander. Meine Hoffnung war, denen jetzt hier gleich direkt zu starten. Genau. Wusste ich es doch. Um halt wenigstens eine Warhawk platt zu machen. Aber anscheinend verliere ich selber einen Jäger. Das ging hier nicht gut aus, oder? Ja, doch. Geht. Geht doch. Aber die... Oh, ich habe die Infanterie-Rats selber nicht bemerkt. Die hat hier durchgeschlichen. Das hat nämlich ein bisschen Nachschub gekostet. Geht aber noch. Hier, komm, komm, komm. Yay. Habe ich geschafft, wenigstens einen Jäger-Down zu bekommen. Das war eigentlich jetzt ganz gut. In der Zwischenzeit hat er eine Artillerie-Luft-Abwehr-Basis gebaut. Aber wie wir sehen, ich habe immer nur noch vier Nachschub-Dipos. Und der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist auf jeden Fall im Boni dafür. Hat mich also mit dieser Aktion gut runtergedrückt. Auch wenn momentan Punkte-Technik leichter stehen, wird es, glaube ich, jetzt sozusagen durch seinen Economy-Vorteil nicht gut für mich weiter ausgehen. Ich habe einen leichten Bomber geholt, weil ich das gesehen habe. Ich wollte eigentlich zwei leichte Bomber holen. Um halt hier seine Sachen zu bombardieren. Oder seine Infanterie. Warum ich den jetzt hier vorne reingeschickt habe, das kann ich sogar noch nicht mal sagen. Das war dumm. Da ist der zweite leichte Bomber. Also, ja. Hätte ich das jetzt einfach nicht gemacht, diese sinnlose Aktion, wäre hier außenrum geflogen. Dann hätte ich mehr erreicht. Und jetzt ist der nächste Bomber am Arsch. Fail gemeikert. Midgame ist jetzt sozusagen so gut wie am Arsch. Jetzt hat der Priest rangebracht. Und das ist der Moment sozusagen, wo er diese Priest rangebracht hat. Ist das Spiel eigentlich relativ weit entschieden. Jetzt muss ich für vorbrechen und die Hoffnung haben, dass ich hier durchkomme. Aber 13. Ich habe zwar, glaube ich, ein paar mehr Ranger gehabt als er. Aber das sieht, wie ihr hier seht, nicht so rosig für mich aus. Also, ich stehe auch. Also, was ich gerade sehe. Mega fail. Wenn hätte ich beide Dinger machen müssen mit Fanatismus. Weil so haben diese Seite nur ein paar Fanatismus. Und die hatte gar keiner. Und die fliehen jetzt. Ähm, von den Feldern ausnutzen her sehr schlecht. Der Steward ist jetzt hier natürlich im Arsch. Aber das ist eigentlich ein geringes, äh, ein geringer Verlust. Hätte ich die Bomber zum Beispiel jetzt ja gerade nicht hier hinten verschwendet, hätte ich die jetzt immer noch einsetzen können, während die hier jetzt vorrücken. Jetzt kann man eigentlich wieder noch was schneller machen. Die Schlacht ist hier geschlagen. Ich versuche jetzt noch was gegen zu pumpen. Aber wird unwahrscheinlich genug sein. Seine Jäger machen meine Infanterie weiter zu schaffen. Meine Leute kämpfen natürlich hier tapfer. Er rückt jetzt aber langsam und mit Bedacht vor. Äh, er könnte, hätte eigentlich durchstürmen können. Hätte auch hier weiter bombardieren können oder einnehmen. Aber wie ihr hier seht, ähm, ja, das Spiel ist so gut wie gelaufen. Das können wir jetzt schon durchmachen. Ich versuche jetzt jetzt sozusagen den letzten Angriff mit den Wolverines hier in den Nahkampf zu gehen. Hier Basis ist verloren. Habe eine MG-Stellung hochgezogen. Aber so viel Infanterie, das ist wie Russen-Blob. Funktioniert nicht. Panzerschutzbunker, den hätte er gar nicht mehr hochziehen müssen. Das Spiel ist ja so gut wie vorbei. Meine Willis lasse ich ihm jetzt noch zerstören. Also ich bin jetzt extra nicht gelieft, damit er wenigstens sozusagen seinen Sieg auskosten kann. Ich habe ja gesehen, er kriegt das sehr schnell hin. Und das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ähm, wenn ihr noch weitere Folgen sowas sehen wollt, wie ich rumnube, schreibt es unten in die Kommentare oder dergleichen. Ihr könnt mir auch gerne Replays schicken, weil das selber spielen, ähm, mir macht zwar Spaß noch, allem allgemein, aber momentan lieber eher Replays. Weil ich sozusagen so krass nicht mehr drin bin. Da kommt, da, ähm, ihr seht's ja selten. Gut. Wenn ihr die Replays mir schicken wollt, mrvest.yahoo.de, findet ihr aber auch hinter meinen Infos, unter meinem Kanal, ne, ganz allgemeine Informationen. Könnt ihr mir Replays zuschicken. Ihr könnt mir aber auch Replays von anderen Spielen zuschicken, die ich halt besitze, wie Rome oder Attila oder sonst was. Dann gucke ich da auch mal rein. Ähm, ja. Dann bis zum nächsten Mal.